Kann man ein Virus aushusten? Letztens beim Duschen habe ich mich gefragt, ob man eigentlich ein Virus aushusten kann. Beim Husten setzt man ja Viren frei. Kann man also nicht so lange husten, bis alle aus dem Körper raus sind? Dann hast du aber auch deine gesamte Körperflüssigkeit ausgehustet und stirbst. Nein, so funktioniert das nicht. Die Viren befinden sich ja nur in deinem mundnahen Speichel. Die Viren befinden sich in den Zellen. Wenn du Zellen ausspucken kannst, dann herzlichen Glückwunsch. Du bist ein biologisches Wunder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Außerdem könnt ihr bei gutefrage.net vorbeischauen.